Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Wiederpräsentation grüner Wasserstoff. Mein Name ist Viktor Hacker und ich bin Leiter des Instituts für chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik der TU Graz. Meine Arbeitsgruppe für Wasserstoff und Brennstoffzellensysteme befasst sich mit der Erzeugung, Reinigung und elektrochemischen Umwandlung von Wasserstoff in Brennstoffzellen. Dieser Vortrag gibt einen kurzen Einblick zu den folgenden fünf Fragestellungen. Erstens, warum ist Wasserstoff ein geeigneter Energieträger für die Zukunft? Zweitens, wie wird Wasserstoff heute produziert, wie wird er in Zukunft produziert werden? Drittens, wie wird Wasserstoff gespeichert und transportiert? Viertens, wie kann grüner Wasserstoff technisch genutzt werden? Und fünftens, wie funktionieren Brennstoffzellen zur direkten elektrochemischen Umwandlung von Wasserstoff in Strom und Wärme? Wasserstoff wird seit Jahrzehnten als Energieträger der Zukunft diskutiert und propagiert. Zuerst möchte ich die Frage stellen, warum benötigen wir einen neuen Energieträger? Kurz gesagt, weil wir wissen, dass unsere fossilen Energieträger endlich sind und die Umwelt und vor allem das Klima belasten. Lange intensive Diskussionen über potenzielle alternative Energieträger in der Vergangenheit haben immer wieder dazu geführt, dass Wasserstoff die besten Eigenschaften für den Einsatz als zukünftiger Energieträger aufweist. Sehen wir uns also als erstes die grundsätzliche Idee von Wasserstoff als Energieträger an. Wasserstoff ist kein Primärenergieträger, wie zum Beispiel Erdgas, aber er kann aus einer Vielzahl anderer Energieträger hergestellt werden. Wasserstoff kann CO2-frei verstromt werden und kann damit zur Reduktion von Treibhausgasemissionen eingesetzt werden. Wasserstoff hat den größten chemischen Energieinhalt aller Kraftstoffe und ist daher sehr gut zur Speicherung großer Mengen von Energie geeignet. Als Energiespeicher kann Wasserstoff dazu beitragen, die Energienetze zu stabilisieren und die Nutzung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erhöhen oder zu homogenisieren. Neben seiner Funktion als Energieträger ist Wasserstoff auch ein wichtiger Industrieausgangsstoff und findet in der Stahl, Düngermittel und Lebensmittelindustrie Anwendung. Gegenwärtig wird der meiste Wasserstoff, nämlich mehr als 70 Prozent, aus Erdgas hergestellt. Der Rest wird fast ausschließlich durch Synthese aus Kohle gewonnen. Die über 70 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr, die auf diese Weise aus fossilen Energieträgern hergestellt werden, benötigen etwa sechs Prozent des weltweiten Erdgases und zwei Prozent der weltweiten Kohle. Auf der Grafik sehen Sie den ansteigenden Wasserstoffbedarf über die letzten Dekaden und den Einsatzzweck. Petrochemische Prozesse in Raffinerien und die Synthese von Ammoniak, primär zu Dingermittelproduktion, aber auch der Bedarf in anderen Prozessen, die später noch erläutert werden, nimmt immer mehr zu. Doch Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Oftmals hört oder liest man von grünem Wasserstoff. Doch was hat es mit dieser Farbe genau auf sich? Gibt es noch andere Farben? Momentan haben sich sechs verschiedene Farben als eine Art Etikett herauskristallisiert, um den Ursprung bzw. das Herstellungsverfahren anzuzeigen. Auf diese Weise wird zwischen grünem Wasserstoff aus den nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energieträgern, grauen Wasserstoff aus fossilen Energieträgern ohne Kohle, schwarzen bzw. braunem Wasserstoff aus Kohle, blauen Wasserstoff aus der Dampfreformierung von Methan mit der CO2-Separierung, türkisen Wasserstoff aus der thermischen Zersetzung von Erdgas und pinken oder purpurenem Wasserstoff aus nuklearen Energieunterschieden. Wie zuvor erwähnt, kann und wird Wasserstoff aus einer Reihe von primären Energieträgern hergestellt. Fossile Energieträger werden in der Regel thermochemisch umgesetzt und mittels Dampfreformierung oder partieller Oxidation in ein wasserstoffreiches Synthesegas umgewandelt. Nach einem Reinigungsschritt mittels Druckwechselabsorption kann der reine Wasserstoff isoliert werden. Die Herstellung aus Biomasse über biochemische Prozesse erfordert ebenfalls eine nachgeschaltene Gasreinigung, da hier eine Menge biologischer Nebenreaktionen auftreten. Wind-, Sonnen- und Wasserkraft können direkt in Strom umgewandelt werden. Wasserstoff wird in Folge durch die Elektrolyse von Wasser erzeugt. Verweisen möchte ich auch auf ein neues Verfahren, das in meiner Arbeitsgruppe entwickelt wurde, der sogenannte Reformer-Steam-Iron-Cycle. In diesem Prozess wird Biogas zu reinem Wasserstoff umgesetzt und die Verunreinigung bereits im Produktionsschritt abgedrängt. Die weitere Aufreinigung, die üblicherweise durch eine Druckwechselabsorption erfolgt, ist dann nicht mehr nötig. Die Speicherung von Wasserstoff ist für eine effiziente Nutzung und den Transport unerlässlich. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, die Speicherung als molekularer Wasserstoff in gasförmiger oder flüssiger Form oder die Speicherung als energie- und wasserstoffreiche Verbindung, zum Beispiel in hydrierten organischen Molekülen, Metallhydriden oder in Gasen wie Ammoniak oder Flüssigkeiten wie zum Beispiel Methanol. Die jeweilige Speichermethode muss in Abhängigkeit von der vorhandenen Infrastruktur, der geplanten Speicherdauer, dem Energieaufwand der Speicherung, der Speicherdichte und der Stabilität des Speichermediums gewählt werden. Ein generelles Optimum gibt es hier nicht. Vielmehr hängt die Entscheidung von der jeweiligen Anwendung ab. Der Energiegehalt von Wasserstoff ist mit 33,3 Kilowattstunden pro Kilogramm deutlich höher als der von Erdgas oder Benzin. Die geringe Dichte erfordert jedoch eine Verdichtung auf hohe Drücke und mit Bezug auf die volumetrische Speicherdichte, die letztlich die Größe des Tanks bestimmt, konkurrenzfähig zu sein. Neben der Speicherung spielt auch der Transport von Wasserstoff eine wichtige Rolle in der zukünftigen Energieversorgung. Vor allem für grünen Wasserstoff, der in Großanlagen in sonnen- und windreichen Gebieten produziert wird, muss ein effizienter Transport zu den Verbrauchern gewährleistet werden. Die Abbildung zeigt zum Beispiel ausgewiesene windreiche Regionen in Südamerika oder sonnenreiche Regionen in Afrika. Je nach Entfernung und Transportmenge sind unterschiedliche Transportmethoden technisch und wirtschaftlich sinnvoll. Pipelines für gasförmigen Wasserstoff sind gut geeignet, um große Mengen über weite Strecken zu transportieren. Verflüssigter Wasserstoff erfordert eine gute Isolierung und ist daher über lange Strecken nur mit erheblichem Aufwand sinnvoll. Komprimiertes Gas von mehreren hundert Bar wird praktisch nur in vergleichsweise kleine Mengen über kurze Strecken transportiert. Spezialisierte Verfahren wie die Speicherung und der Transport in Metallhydrien erfolgen ebenfalls nur über kurze Distanzen. Wasserstoff ist eine Chemikalie, die bereits heute im großen Umfang verwendet wird. Wasserstoff als Brennstoff kann zur effizienten Erzeugung elektrischer Energie in Brennstoffzellen oder zum Antrieb von Generatoren durch Verbrennung in Wärmekraftmaschinen verwendet werden. In der Metallurgie findet Wasserstoff zur Emissionsarm Direktreduktion von Metallärzen und als Formiergas bei der Wärmebehandlung von Stelenanwendung. Die Chemie- und Lebensmittelindustrie nutzt Wasserstoff als Ausgangsstoff für die Hydrierung organischer Moleküle, zum Beispiel für die Sättigung von Fettsäuren. Das Krecken von Kohlenwasserstoffen in Raffinerien und die Synthese von Lüngemitteln und anderen Chemikalien sind weitere wichtige Anwendungsbereiche. Die Kühlung von Generatoren oder Supraleiter mit Hilfe von Wasserstoff ist teilweise unerlässlich, da er im Vergleich zur Luft eine hohe spezifische Wärmekapazität hat und somit eine effektivere Kühlung ermöglicht. Für die direkte Umwandlung von Wasserstoff in Strom können verschiedene Arten von Brennstoffzellen verwendet werden. Die elektrochemische Oxidation von Wasserstoff mit Luftsauerstoff findet in der Brennstoffzelle in zwei Teilreaktionen an der Anode und der Kathode statt. Die beiden Elektronen sind durch den Elektrolyten getrennt. Die Ionen fließen durch den Elektrolyten, der Elektronenstrom über den äußeren Stromkreis, wo er auch technisch genutzt werden kann. Auf diese Weise kann die chemische Energie des Brennstoffs mit hohem Wirkungsgrad in elektrische Energie umgesetzt werden. Wird eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff betrieben, so werden pro Molekül zwei Elektronen und zwei Ionen erzeugt. Der Wirkungsgrad ist eine Funktion der Zellspannung der Brennstoffzelle. Als Reaktionsprodukt und als Emission entsteht nur Wasserdampf. Die Brennstoffzellentypen werden grundsätzlich nach ihren Elektrolytmaterialien benannt und unterschieden. Die Wahl der jeweiligen Technologie hängt von den allgemeinen Betriebsparametern und der Reinheit des Brennstoffs ab. Brennstoffzellensysteme, die bei niedrigen Temperaturen von unter 100 Grad Celsius betrieben wären, wie zum Beispiel die saure Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzelle, sind in der Regel empfindlicher gegenüber Verunreinigungen im Brenngas und in der Luft, aber aufgrund der Temperatur auch einfacher zu handhaben. Hochtemperaturzellen sind in dieser Hinsicht robuster, aber aufgrund der technologischen Höhen noch nicht so weit entwickelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserstoff der flexible Energieträger für die Speicherung und den Transport von grüner Energie ist und in Zukunft eine wichtige Säule für regional basierte Energieversorgung und Energiespeicherung darstellen wird. Konventionelle Technologien zur Markteinführung von Wasserstoff sind heute verfügbar. Dazu zählen auch Systeme für Power-to-X, die vor allem für Sektorenkopplung von Interesse sind. Insbesondere bei der Produktion von grünem Wasserstoff befinden sich viele Technologien noch in der Entwicklungsphase und es gibt noch ein erhebliches Potenzial in Bezug auf Kosten und Effizienz. Neben den zahlreichen klassischen Anwendungen von Wasserstoff in der chemischen Industrie und der Energietechnik kommen durch neue Entwicklungen wie die Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen und die Entwicklung hocheffizienter Elektrolyseure neue Anwendungen in der Energiewirtschaft hinzu. Zusätzlich ermöglicht die Brennstoffzelle die hocheffiziente emissionsfreie Umwandlung des Energieträgers Wasserstoff in Strom auch dezentral vor Ort beim Verbraucher im Kleinkraftwerk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.